L.S. Playlist findet ihr auch in der Videobeschreibung, die habe ich ein bisschen angepasst. Was findet ihr noch? Ihr findet... Achso, ne. Hier. Wir bräuchten einen Ambrus. Ambrus, oder wie der heißt. Was bräuchten wir denn noch? Musik, da steht in der Videobeschreibung, von wo ich die habe. Wo ich gepartnert bin, erhalten. Falls ihr da wissen wollt. Mal gucken, ob es das überhaupt gibt. Ach, hier war er doch. Achso, Anvil heißt er. Block of Iron, Iron, das ist nichts Neues. So. Oh, fu, da gibt es so viel drauf. Na ja, da müssen wir es so irgendwann mal machen, also von dem her. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Und ich möchte das, ich möchte das so sehen. Rein, rein. Was? Ja, wahrscheinlich müssen wir das vorher... Achso, das ist das Pferd draußen. Verbessern und das hier auch gleich, wenn wir schon mal dabei sind. Das, nee, das müssen wir... Ich weiß gar nicht, was... Haben wir hier Eis? Ja, haben wir. Haben wir eine Viere? So. Hallo? Und... Äh... Nee, hallo? Womit... Haben wir das denn jetzt? Wollen wir das jetzt mit... Kupfer? Das wir nicht haben? Oder... Vielleicht können wir es jetzt verzaubern? Oh, sag bloß, das können wir nicht verzaubern. Oh. Vielleicht kann man das erst später verzaubern? Vielleicht kennt sich da einer aus? Bitte in die Kommentare schreiben. Schreibt's in die Kommentare. Äh, ja. Äh... Pferd. Hau bloß ab. Wollen wir es hier lieber ab? Ach, dann kommt es uns hier noch. Wo war das hier? Hier? Hallo? Und hier? Ah, was haben wir denn da schönes? Wow. Brauchen wir jetzt nicht. Hat sich hier schon was getan? Ja. So langsam... ...wirds hier. Das, das... Dann werdet ihr es mal ein paar Bären pflücken. So. Und was hättet ihr eigentlich von einem Livestream? Hättet ihr Lust drauf, dass ich vielleicht mal so das in einem Livestream ein bisschen spiele? Oder... Von mir aus fangen wir eine neue Welt an für das oder... Pff, keine Ahnung. Oder... Mal was anderes im Multiplayer spielen. Oder jeckt was. Oder egal was. Worauf habt ihr denn Lust? Das machen wir mal drüben hin. Das kommt auch drüben hin. Aber hier schon mal Platz dafür. So. Und wir brauchen hier wieder unsere schöne Schablone. Da machen wir gleich wieder Ingots draus. Ah, was ist los mit dir? Was hast du da fressen? Hast du Hunger? Hier wirst du Weizen. Hm? Na, das geht offenbar nicht. Gut. Da braucht ihr wirklich Weizen und kein Barley. Hallo. So. Hm, was essen? Boah. Keine Fackel rüberstellen, aber was essen. Wir sollten da auch mal so irgendwas reinmachen, damit da nicht immer irgendwie Viecher hoch könnten. So. Egal. Hauptsache irgendwas. Huh. Was war denn das jetzt eben? Äh. So. Da kriegen wir schön viele Ingots draus. Puh. Naja. Ja. Wir brauchen Gold. Boost XP. Traffic XP. Mining Level Eisen. Skill Level. Komfortabel Haste. Oh Mann. Schade, dass wir die nicht... Aber ab Eisen kann man sich doch ein normales Schwert machen, oder? Äh. Warte mal. Weil ab Eisen kann man sich ja auch eine normale Axt machen. Ab hier gibt's ja die Rezepte. Mit ner Eisenhacke kann man doch... Nee. Kann man mit ner normalen Eisenhacke die es abbauen? Wird leicht verwirrt. Aber Gold müsste doch gehen. Nein. Pick. Eisen. Also Paper. Iron. Flint. Cactus. Bone. Titanium ist drin. Obsidian ist Diamant. Hm. Ich probier gleich mal was aus. Wenn's nicht geht, ja. Haben wir halt blöd gemacht. Aber ich will's jetzt einfach mal testen. Naja, das wollte ich ja... Boah. 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 Ich bin doof. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Aber wieso sollte ich... Hm. Äh. Hier. Wieso? Normal. Kann man doch... Mit ner Eisen Diamanten abbauen. Oder erst mit ner Gold. Ich bin halt irgendwie leicht verwirrt. Ne. Oh ne. Das wird nicht gehen. Dann ist der kaputt. Aber wenn er so langsam zum Abbauen geht... Besser. Boah. Kaupst. Sie denn schmelzen. Soll ich mich das jetzt wagen? Ich mach dir das eigentlich sehr ungerne machen. Aber meistens ... Ach du Scheiße! Wo kommt der her? Weil ich kann ja hiermit ja auch kein ... Oder doch? Hey, das geht viel zu langsam, das funktioniert sicher nicht. Ne. Seht ihr? Ach, ich will da gar nicht drüber eigentlich. Aber vielleicht kann er gar nichts spawnen, weil da so viel Licht ist. Okay. Okay. Ich komm da schon ... So nicht. Oh man ... Hm. Ach, das geht ja. Ich will nämlich ungern hier irgendwie ... abwackeln. Hahaha. Hahaha. Der ist gut, echt. Ich will da in die Kiste. Egal wie, ich will da rein. So ein Mist. Lass mal wieder hoch. Ach. Lass mal wieder hoch. Töne. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. So, damit wir hier mal... Wow, ich bin begeistert. Für den Scheiß haben wir jetzt das... Ich bin ja begeistert.